So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wieder eine kleine Infofolge. Meine Stimme ist immer noch kaputt. Gestern gingen die Tickets für die Safari-Zone in den Verkauf. Ich weiß nicht, ob ihr schon was darüber gehört habt. Wird für die meisten sowieso uninteressant sein, weil zu weit weg oder weil die Spawns sowieso nicht so interessant sind. Habe ich von vielen gehört, dass die sagen, das ist ja langweilig. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, vor Ort eine Safari-Zone zu erleben, dann sind die Spawns komplett egal. Es geht einfach trotzdem um die Gegend dort, um die Leute, die alle da auftreffen, um das ganze Miteinander. Das ist also ein Feeling, was du nicht mit Spawns irgendwie aufwiegen kannst. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen soll. Hier, Adi Schatz, alles Gute. Bin gerade reingekommen zur Tür nämlich. Ich muss heute auch noch Raider Mittwoch machen. Heute noch Raid Mania. Habe gedacht, ich schiebe das jetzt mal schnell hier rein. Also, nicht viel rumgelabern. Um was geht's? Die erste Safari-Zone in Südkorea in Gojang. Wenn ihr das kennt. Hier gibt es den Artikel. Der ist aber irgendwie auf Englisch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich beziehe mich mal auf den. Hier sind alle Pokémon aufgelistet. Die werden wir uns gleich noch angucken. Ich beziehe mich mal jetzt auf den Artikel von GoGames. Weil GoGames hat ein bisschen was Deutsches rüber verfasst. Die Safari-Zone Gojang ist die erste Safari-Zone auf südkoreanischem Boden. Wurde bereits vorab auf dem koreanischen Pokémon-Go-Blog angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt standen jedoch nur das Datum und der Ort statt. Fest. Hä? Standen statt. Gut, standen fest. Ja, egal. Nämlich der 23. bis 25. September im Ilsan Lake Park in Gojang. So, Details. Shiny Icognito Y wird erstmals verfügbar sein. In letzter Zeit werden ja so oft Icognito rausgehauen. Es gab jetzt ein Event in London auch wieder, wo das D und das N rausgehauen wurden. Eigentlich sollte das N und das X. Aber beim Abschluss-Event von Pokémon Go Fest rausgehauen werden. Komischerweise ist da auch ein P dabei. P gab es bisher auch noch nicht in Shiny. Ich weiß immer noch nicht, wieso das nicht als neues Shiny Icognito angekündigt wird. Denn es gab es bisher noch nicht als Shiny. Ist aber auch dabei bei den Buchstaben beim Abschluss-Event. Bisher hat keiner was dazu gesagt. Auch in den Kommentaren. Die Leute schweigen. Keiner redet darüber. Es wird einfach alles ignoriert, komplett. Jetzt hier dann wieder ein neuer Icognito Buchstabe mit Y. Ah, die Schatz, du kriegst doch gleich was. Ah, Mann, ey. Ob man jetzt extra wegen einem Y sich ein Ticket kaufen sollte für 12 Euro. Das sei mal so dahingestellt. Aber um den Spaß, den man vor Ort hat oder das, was man vor Ort sehen kann und die Menschenmassen, die da wieder durch die Gegend fliegen, ist es allemal wert. Natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Hannover wohnt und in Hannover ist diese Safari, würdet ihr ja sicherlich auch nicht sagen, ach, die Spawns sind nicht so interessant. Dann wäre es euch doch wahrscheinlich egal, wie die Spawns sind. Ihr würdet einfach das Ticket kaufen, fertig, bam, und würdet einfach da dabei sein, wenn das euer Hobby ist und euch das Spaß macht. Südkorea, das überlassen wir denen sozusagen. Die kriegen das da hingesetzt. Die können das dann machen. Da gibt es genügendes. Das zwingt euch ja keiner von Deutschland aus, da rüber zu fahren, da rüber zu reisen, da rüber zu fliegen, da rüber irgendwas zu machen. Die werden ihre Tickets schon los. Da wird schon was los sein. Shiny Pavi wird erstmals verfügbar sein. Ist neues Pokémon, aber wie wir wissen, also neues Shiny, als Pokémon eingeführt. Wie wir wissen, ist es ja immer so, dass kurz nach solchen Safaris die Pokémon auch dann weltweit verfügbar als Shiny eingeführt werden. Bräuchte man also nicht zur Safari, kann man auch später dann für jeden, wenn man das mal sieht, und es kann Shiny sein, ist ja immer so. Das Einzige, was noch interessant wäre, wäre, wenn du Flie bist, das ist das regionale Pokémon. Aber für uns als Deutsche ist es eigentlich egal, ob das jetzt am Miami Beach sitzt oder in Südkorea sitzt. Es ist trotzdem weit weg von uns und deswegen weiterhin regional und nicht unbedingt hier vor der Haustür. Adi, Schatz, was ist? Ja, das machst du aber fein. Das Thema der Safari-Zone ist laut Ankündigung die Geschichte Go-Yangs, die reich an Blumen und Romantik ist, sodass Pokémon mit Blumen und Insekten als Motiv hier häufiger auftauchen. Absolutes Highlight natürlich. Raupi. Raupi, das beste Pokémon der Welt. Pikachu mit Safari-Hut. Wo es darüber auch einen Artikel gibt, weil bei allen Safaris in letzter Zeit gab es ja immer genau dieses Pikachu mit diesem Safari-Hut. Hier ist es offiziell mit Fragezeichen versehen. Die wundern sich hier, warum Fragezeichen? Man weiß doch, wie das aussieht. Ich könnte mir nur vorstellen, vielleicht ist doch mal der Safari-Hut auch wieder anders. Wir haben ja auch bei den Luftabenteuern Pokémon gehabt, Pikachu gehabt mit Luftballons, wo die Luftballons einmal so aussahen, einmal ein Luftballon mit einer 5 mit dabei war und dann Luftballons mit anderen Farben. Also selbst der Safari-Hut könnte doch von Jahr zu Jahr sich irgendwie ein bisschen verändern. Dass alle Safari-Zonen im einen Jahr haben dieses Pikachu, die Safari-Zonen im nächsten Jahr haben dieses Pikachu. Was halt dann einfach noch irgendein Symbol auf dem Hut drauf hat in weiß. Genau, am besten, sie machen wieder dieses SS-Zeichen dran, diese zwei Blitze. Schon ist das wieder ein Highlight und du kannst das dann verkaufen und sagst, ich habe hier das Black Hat Pikachu. Wie auch immer das eigentlich heißt. Was ist sonst dabei? Dratini ist auf jeden Fall ein guter Spawn, ein gutes Pokémon, was man immer mal mitnehmen kann. Die E-Cognitos, A, G, N, O und Y. Y also das Highlight. Ihr habt hier Zobiris, vielleicht für die Superliga. Ihr habt hier G-Wire. Macht, glaube ich, nichts mit. Ihr habt Trassler, ist stark, ist vernünftig. Wir haben... Wir haben Waumpel, wir haben Lilieb, wir haben Barschwa, wir haben Medica, wir haben Libiskus. Wir haben eigentlich, wenn man es so sieht, lauter Mist. Also lauter Zeugs, was du eigentlich gar nicht brauchst. Aber Dribje wäre interessant, weil ist ja jetzt noch nicht so lange als Shiny da in der Safari-Zone. Also gute Chancen, das noch als Shiny zu bekommen, vor allem, weil man ein weibliches bräuchte, um es überhaupt entwickeln zu können. Das männliche kann man ja nicht entwickeln. Und der Rest, hier, Dusselgur, ich weiß nicht, Dusselgur. Wenn man was findet, findet man immer gefühlt Dusselgur als Shiny irgendwo. Deswegen, das ist auch nicht so krass. Waumball ist noch cool, ist ein sehr hübsches Shiny. Waumball sieht auch richtig gut aus. Dürfte vielleicht auch momentan noch ein bisschen seltener sein. Dann Flabebe ist ja ähnlich als Shiny vorhanden. Dann kriegt ihr aber hier in der blauen Form. Und Rest ist halt auch viel von Z-Day dabei. Pokémon, die schon Z-Day hatten. Spritzi! Also Spritzi wäre neu. Aber insgesamt, ja, die Spawns sind jetzt nicht so brutal. Die nützlichsten wohl trotzdem. Dratini und Drassler, das sind wohl die Highlights neben Raupi. Ansonsten, die Shinies kriegt es irgendwo her. Das Y erstmal nur da. Also das wird das seltenste sein. Trotzdem. Aber, das war es eigentlich schon. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich finde, es ist übersichtlich. Ich finde, Safari ist immer cool, wenn man die Möglichkeit hat, da mitzumachen. Lasst euch da nicht täuschen, wie ihr das bekommt. Ihr könnt auf Events gehen bei euch und könnt dort ein Ticket auswählen, einen Tag auswählen, eine Zeitzone auswählen, können das bezahlen. Hier steht mit Kreditkarte oder Apple Pay oder Google Pay. Bei mir hat das noch nie funktioniert mit Google Pay. Also keine Ahnung, ich müsste mit Kreditkarte. Ich habe keine Kreditkarte. Wenn wir irgendwelche Tickets gekauft haben, auch fürs Go-Fest oder so, hat Pupsi das immer erledigt. Aber für die Leute, die keine Pupsi haben, das dürften also alle sein außer mir, die könnten natürlich mit einer virtuellen Kreditkarte sich so ein Ticket kaufen. Nicht unbedingt jetzt nur für das, sondern wenn sie jetzt sagen, es ist wieder mal Go-Fest, ich will ein Ticket, ich muss das bezahlen. Mit Kreditkarte habe ich nicht. Wenn ihr da Hilfe braucht, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Ich habe damals mal ein Video gemacht, virtuelle Kreditkarte oder Ticketkauf fürs Go-Fest, so geht's. Ich glaube, es heißt Ticketkauf fürs Go-Fest, so geht's. In Klammern, virtuelle Kreditkarte. Wie also jeder, der keine hat, sich eine virtuelle erzeugen kann, um mit diesen Daten dieser Karte zu bezahlen. Man lädt also Geld dahin, über Paypal oder sonst was oder keine Ahnung, und bezahlt einfach mit den Daten auf der Kreditkarte. Das ist nur so ein Mittelding. Mittelding. Was anderes ist es nicht. Hier sind echt so, ihr müsst euch da keine richtige anlegen, ihr könnt euch eine virtuelle da einfach kurz so erstellen. Und sonst, was haltet ihr von der Safari-Zone? Wart ihr schon mal bei einer Safari-Zone? Wart ihr schon mal irgendwo? Ich war da in Oberhausen damals. Wir waren in Prag, wir waren in Gera, wir waren in Dortmund. Also, überall live vor Ort, das hat auch immer Spaß gemacht, das war richtig cool. Aber, das weit weg. Wenn wieder mal einer in Deutschland wäre, wäre ich sofort vor Ort dabei. Habe ja auch beim Go-Fest gesagt, egal wo bin ich dabei, wenn es in Deutschland ist, Berlin. Wir waren in Berlin, fertig, abgefrühstückt. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Aber, dass dieses Jahr noch was für uns hier kommt, glaube ich eigentlich nicht. Ansonsten mal gucken. Man wird wieder mitkriegen, wer da überall rumwuselt und wer auch nicht. Ist übersichtlich, muss man nicht, hat man nichts verpasst. Das meiste kriegst du danach auch so. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise bei Raid am Mittwoch, 15 Uhr. Und bei der Raid Mania, 18 Uhr. Und dann bin ich auch schon wieder weg und komme dann erst am Sonntag wieder. Für Sama Center Raids für Zuschauer. Bis dahin, peace out, vor Haut, euer Ramses.